wir sind schon auf sendung ja aber time to relax muss sein von daher so ein kaffee am abend ist immer gut ja erst mal schön dass sie eingeschaltet habt willkommen zu einem neuen gameplay denn ich habe mir mit dem kris reality klein wie angeschaut und ja wer den küs noch nicht kennt ich werde seinen kanal auf jeden fall mal in der beschreibung packen schaut doch mal auf seinen kanal der auch ja vr videos und ist so ein kleiner horror master also zockt echt gerne horror games wo ich mich so ein bisschen sträube und alles so ein bisschen ja vor mich her schiebe das zockt er einfach durch und ja hat man bei paranormal activity bei mir ja gesehen wie lange ich für den zweiten teil gebraucht habe also ich musste mich da echt irgendwie durchringen aber kommen wir jetzt mal zum heutigen game klein wie also wie der name schon sagt ist ein kletter game das coolste eigentlich an dem ganzen ist dass man das mit bis zu zehn leuten zocken kann irgendwo stand auch genau hier online multiplayer mit zehn leuten und ja man kann sich da wirklich auch gegenseitig helfen irgendwo hochziehen und so weiter übereinander klettern festhalten und so weiter es gibt ja 15 maps in dem game aber es gibt einen steam workshop der echt gut gefüllt ist und da kann man sich karten umsonst runterladen und da sind echt coole sachen dabei und das game kostet zehn euro ist auch nicht so viel meiner meinung nach und ja ist ein älteres game von 2016 aber mir hat es echt spaß gemacht und dem chris auch und es ist auch die überlegung dass wir das mal mit dem bp zocken und ja was da man das spiel ja mit zehn leuten spielen kann ja suchen wir euch und wenn ihr bock habt mitzumachen dann kommt da mal in den bp discord der link steht auch in der beschreibung oder auch oben im kanal banner bei mir besucht uns einfach mal und dann machen wir irgendwann mal was aus dass man mal so ein klein wie event starten momentan gibt es da so eine kleine ja wir machen so eine kleine auslosung das heißt drei spiele stehen zur auswahl das ist pavloff klein b und reg room für den wie abheck event und ich glaube pavloff steht da momentan mit sechs stimmen klein b mit mit fünf und ich glaube reku mal zwei stimmen oder so keine ahnung auf jeden fall ist da momentan pavloff vorne und nichtsdestotrotz werden wir mit sicherheit mal klein bezocken weil das macht echt spaß und mit mehreren leuten mit sicherheit noch noch geiler mit zwei mann hat mich schon spaß gemacht und ja wie man schon sieht man muss hier echt immer klettern man hat diese weißen flächen wo man sich wirklich festhalten kann an den grauen flächen nicht man kann springen aber das das muss man echt lernen das ist nicht so einfach man kann sich so nach vorne ziehen man muss man trigger halten dann nach hinten und dann stößt man sich so leicht ab eigentlich cool gemacht also ich finde das von der steuerung her echt gelungen wie gesagt schaut euch das gameplay mal an vielleicht gefällt euch das und wenn euch das gefällt kauft das game und dann können wir eventuell mal zusammen zocken wäre echt cool also besucht uns im viapec discord aber jetzt mal zum gameplay viel spaß assassin und was geht hier ab ja den turm besteigen nach guckt euch mal an leute ist ja kein problem da geht es doch oder doch manchmal klappt das alles so super einfach dann denkt man auch das ist ja easy ja jetzt will er nicht mehr gerade bin ich nicht hochgekommen ok jetzt geht es ein bisschen schneller voran ach scheiße da komme ich auch nicht hin oh jetzt ist die eisfläche hier das ist nicht gut nur gerade durchlauf ja du sagst dazu einfach mit dem ich hasse das tatsch pendel der wand nicht bewegen nicht bewegen hier oben brauche ich dich komm nicht hin und wo warst du wo ich dich gebraucht hätte das ist so eine einseitige beziehung hier da komm ah danke das ist wieder eis easy hard ok na komm wir gehen mal da war wieder die wand wir klatschen uns die ganze in die hände also ich warte jetzt ein bisschen so ok naja du kommst da dran ne ja easy ne oh gott guck mal runter oh kommst du da jetzt hin ne ne ohne dich komm ich da jetzt auch nicht hin ok wir sind ja ein team wir sind die cliffhanger stimmt ok jetzt müssen wir auch wieder zusammen ne mhm wo bist du ok ist das schon mal gut da keine sind die nach einer zeit abbrechen kannst runter gehen ja 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 wieder gleich zu klein ja ja ich bin ich bin zu klein für das spiel ich werde auch nicht hingekommen warte mal ich halte mich mal weiter an der fest bleibt mal so ja 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 unter uns in der runde hättest du jetzt einfach an mir festgehalten ah ok so wir sind schon auf dem ersten balkon checkpoints setzen ja wie hoch ist noch einiges ne ne ich meinte unten bis schon was hier runter guckst ich guck mal wo man hier unten angefangen haben ja nicht schlecht gut dass wir den checkpunkt gesetzt haben deswegen ja bist du auch untergefallen ja ja ok nein komm 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 ok warte reicht mich gleich weiter ja hier geht's eigentlich ja komm hier geht's jetzt ja ja gut ihr künstet hier ja hier kann man drauf laufen oder auch nicht und jetzt müssen wir jetzt hier runter ja ne würde ich sagen also ja ja entweder runter oder nach äh ja ok ich hab mich auch festgehalten so da komm ich nicht hin warte ich kletter rüber ja kletter du über mich ja genau ja ok dann gehst du jetzt hoch ich bin schon an der decke aber komm nicht hoch ok komm reich mich gleich so genau kannst du auch stücke auch reichen oder so nein ching da war der ching ich bin schon wieder gegen der wand das ist ja echt ätzend bist du auch runter gefallen ja ja sehr dank dir ah ok kein problem hab ich gerne gemacht ja ich hab's hier schon gesehen Gironimo fuck ey boah ey guck dir das an komm nimm meine starke hand nein nicht schlecht der war auch gut ja 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 ah ok es war schon mal kommarte ich gehe hier hin dann kann ich dich vielleicht greifen so schnell kann man die dinger manchmal gar nicht greifen ich gehe noch einen tiefer so jetzt aber come on boah da war hast du mich hier an ja 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 das geht jetzt hier noch von nimm Morris sch 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 ok das war wieder ein bisschen blöd für dich aber geht auch so wolltest du jetzt über mich klettern ja ich bin an deinem kopf okay so ich reich dich gleich ja okay okay war der klar durch auch gleich wieder für ja jetzt fliegen war es okay ich habe uns das sind wirklich fest da ist ja ein blöder back ja sobald man beide hände los lässt ja aber ich war noch links dran eigentlich hier komme ich auch noch so okay ja du kommst dahin noch dass wir kommen ich jetzt auch wieder dran jetzt wird schwer wir müssen um die um die ecke irgendwie oder müssen wir nach links also ich glaube um die ecke geht es nicht oder ich warte mal ich reich dir mal die hand und du hältst dich daran fest und guckst mal um die ecke guck mal ja was der hand ja kann ich mich am grünen festhalten ich glaube ja ich setze mir mal ein checkpoint müsste theoretisch hier genau checkpoint ist hier eine gute idee ja 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 also theoretisch hier oben auf den rand stellen ich kann ja man kann ja immer von links nach rechts hier ach so ja ich halte mehr oder du kannst einfach oder du springst einfach runter und stirbst ja wie ich gerade gut dass ich ein checkpoint gesetzt habe okay ich weiß aber gar nicht warum ich abgestürzt bin ich konnte mich irgendwie nicht festhalten das sind trampoline die grünen okay ich bin jetzt vorbei ja hier komme ich noch hin okay hier geht es wieder zur seite wieder hoch jetzt ganz schön hoch ich gucke mal runter ja das echt nicht so bei mir geht es noch für die auch ein ganz kleines stückchen der war ganz knapp bei mir gerade millimeter okay ich habe festgehalten ob wir auch so kannst du ja mehr hoch klettern ja so jetzt kommt hier eine scheiß eisfläche das müssen wir rutschen und das festhalten genau okay ich dachte eigentlich hätte die gehabt gut so was müssten wir vielleicht auch zusammenrutschen ich komme nicht hier dran fack so jetzt hänge ich dann bleib du aber wo du bist ich versuche jetzt so hoch zu kommen könnte ganz sicher diesmal mir festhalten okay das wird jetzt schwer du bist nach oben ja ich muss hoch springen ja mal klar also aber knapp wird das wird jetzt alleine glaube ich sehr schwer auch spring doch runter verdammt jawohl bam die augenkontroller es gibt passagen hier bei dem spieler das ist schon fies hallo das geht dann aha du bist runter geklettert na mehr gefallen okay das ist ganz gut kann man hat wieder zusammen machen ja da geht's doch besser war ich ziemlich gleich bei dir hoch ja okay so jetzt kannst du dich gleich bei mir ruft das ist vom abstand gut ja hier kannst du schlecht checkpoints machen ja ja weil wenn du jetzt ins menü geht kann das damit runter rutschen so kletter 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 kannst kannst du direkt zu mir oder ja okay dann kriege ich okay dann müssen wir jetzt wieder zusammen machen aber ich halte mich an dir fest okay okay hast du dich weiterhin festgehalten okay dann greift du mal dahin dann kletter ich über dich wenn wir jetzt einen marker setzen könnten ja geil aber halte ich halte ich bei mir fest am rücken dann ist auch schon mal ja ich bin am tonister das ganze war im arsch so und zwar hier bin ich nicht dran gekommen okay aber ich glaube gleich weiter ja okay okay das ist kein problem hier geht noch okay geht noch hier wird es wieder ein bisschen ja wissen auch da hier können wir schon mal setzen nein bist du runter gefallen ich bin weggejumpt aber richtig oh scheiße ja jetzt muss ich ja sowieso wieder runter aber ich setze jetzt trotzdem marker den kannst du ruhig setzen na klar das werden wir jetzt schauen so wo war dein marker jetzt ach du scheiße da ganz unten komm ich da jetzt überhaupt hin zu dir warte mal ich muss hier rüber na warte warte ich kann ja noch ein stückchen ja da kommt gleich eine ecke da kannst du glaube ich nicht alleine oder ich kann natürlich versuchen da ganz runter mich runter zu lassen aber wenn ich weiter kommt dann versuche ich zu sprengen ich bin ich bin auch gleich ich habe es versucht aber wenn auch gescheitert aber so hoch ist das kommt jetzt gar nicht mehr komm ein stückchen noch aber eine eisfläche hoch gehen kann ich denn nicht oder kann ich das doch okay ich kann ich konnte aber das glaube ich ganz gut wenn du zurückkommst dann kannst du mich abholen quasi ein stück ach so ich komme zu dir guck mal wo ich jetzt bin ich bin sofort wieder da hast du alleine versucht na ich bin schon ein stückchen gekommen kein problem ich bin natürlich schön neben der stacheln gelände ich sehe dich so wo spawnst du ach da hier haben wohl komische fingerabdrücke ja 16 minuten geht der ganze schon hier na die map dauert nicht ganz lange wie die andere ja die andere war ja auch da war ja auch ein höllenbiest so warte ich kletter hoch okay so vorwärts 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 ja 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 genauso bleiben genauso bleiben wir können an der grüne kommen warte ich lass los checkpoint ach jetzt ist das quasi wo ich mein checkpoint gesetzt habe das genau jetzt sehr cool okay ich bin zu klein ja ja alleine hätte ich auch nicht geschafft ich habe dich ausgenutzt gerade okay hey wenn wir jetzt ganz oben wir müssen da wahrscheinlich noch ja wir sind ganz oben aber jetzt mal okay gibt es auch ein trampolin kommen wir ein bisschen springen hier aber wo ist die fahne die ist da drüben deswegen ich wollte nochmal hier auf dem dach ein bisschen spielen wow uiuiui ist da doch ne höher warte mal scheiße ja ich bin schön runter geknallt oh ok ah da kann man ah ok ich habe gerade den harten weg gesehen wir haben ja den easy genommen harten weg ja 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 konntest du gerade sehen als ich hier runter geflogen bin ach so na das ziel könnte man mit einsprung schaffen ja das sieht gut aus ja knapp knapp ich stelle lieber hier runter hier bis zu weniger schwung ach du scheiße ja ja so ich gehe die eisfläche runter ah ich habe mir das klettern gespart ah scheiße ich bin dann wirklich sprung möchte ich jetzt auch gleich wie hast du das geschafft einfach nur runter springen bisschen schwung über den stein drüber sozusagen Stückchen daneben ja ja ich sehe das Ding ach ich sehe dich da rum da kommt der geflogen nicht mehr ach knapp ne das musst du ja in einen sprung schaffen ja ja das habe ich auch noch das habe ich auch noch habe ich mir ein bisschen mehr power ok ich bin gespannt ja das sieht gut aus ne aber hat nicht viel gefehlt glaube ich das sieht gut aus dann könnt ihr zusammen springen so also hier die hier kannst du genau drauf springen 1 2 3 ah scheiße ich glaube es sieht gut aus bei mir ne jetzt bin ich vorbeigesprungen alter jetzt hatte ich ein bisschen zu viel speed ne jetzt habe ich zu wenig so ja das sieht gut aus das sieht gut aus zack ne doch nicht ich kletter jetzt hier hoch und lass mich dann ich glaube das ist glaube ich besser was willst du machen siehst du mich warte stehst du ach da ah ok das ist natürlich auch noch nicht so doof zack ja wenn das klappt da habe ich noch gar nicht probiert ne ach du scheiße das blöste geht ja immer ein bisschen runter und wieder hoch Herr Kunde ein bisschen Schwung ne ach doch das geht aber einfacher von der stelle aus bin ich vorbei warst du schon wieder da drauf jaja alter jetzt 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 jawoll jetzt könnte er mich ein screenshot wieder aufgenommen jaja ja jetzt war ich zu weit ja wir sind zurück jetzt jetzt merke ich meine auch mal langsam ja kristen würde ich sagen dann sagen wir mal tschüss vielen dank fürs einschalten genau mittelfinger zeigen ich hoffe euch hat es gefallen wenn ja abo dalassen beim chris bei mir und beim top und ja ein like wäre auch noch geil ich kriege den daumen gar nicht hin das geht um touchpad auf den rechten ok ciao wow